Also jetzt müsst ihr die Prozessmodelle sehen. Ich brauche noch meinen Laserpointer. Wir sehen die Folien. Bitte? Siehst du die Folien? Ja. Okay, also wir hatten aufgehört mit dem V-Modell, das ja eigentlich nichts anderes ist als das Wasserfallmodell. Das ist ein bisschen gekoppelt mit den einzelnen Testvorgängen und wann was getestet wird. Aber ansonsten nichts Neues. Es bleiben die gleichen Dokumente. Die gleichen Aufgaben in der Anforderungsdefinition und so weiter. So, dann kommen wir zum V-Modell XT. Das ist, das hätte ich Ihnen gerne erspart und ich habe es auch stark gekürzt, nämlich auf zwei Modelle, auf zwei Seiten. Ich muss es deswegen erwähnen, weil das V-Modell XT dasjenige ist, das Sie benutzen müssen, das wahrscheinlich vorgeschrieben ist, wenn Sie arbeiten für die Regierungen machen, deutsche Regierungen, also Bundesregierung, Landesregierung, dann müssen Sie das sogenannte V-Modell XT benutzen. In meinen Augen ist es, es ist Gärgen für Hardware und Softwareentwicklung, so allgemein ist es, und es kann in verschiedene Formen ausgeprägt werden. Zum Beispiel könnte man damit auch das Wasserfallmodell beschreiben, aber auch andere Modelle, wie zum Beispiel das Prototypmodell, das wir gleich noch sehen werden. Der Standard selbst war mal 535 Seiten lang, ist möglicherweise jetzt schon wieder länger. Es werden Aktivitäten, Produkte und Verantwortlichkeiten festgelegt, aber keine reihenfolgen Phasengrenzen. Das ist das, was Sie in dem Prozess dann selbst beschreiben dürfen oder müssen, je nachdem, wie Sie es sehen. Aktivitäten sind ein ganzer Strauß vorgegeben, die werden wir aber nicht auswendig lernen. Das, finde ich, brauchen Sie jetzt für die Softwaretechnik 1 nicht. Aber Sie müssen wissen, dass Sie das also anpassen können, dieses V-Modell XT, an die Form des Vorgehens, das Sie brauchen. Aktivität ist natürlich eine Tätigkeit, die ausgeführt wird und ein Ergebnis liefert unten auch geschrieben werden kann, zum Beispiel eine Turfsaktivität oder eine Implementierungsaktivität, eine Aktivität zum Schreiben von Tests und so fort. Produkt ist natürlich das Ergebnis einer Aktivität. Und es gibt da sehr, sehr viele unterschiedliche Rollen. Auch das werden wir nicht besprechen. Ich finde, das Fahrmodell ist einfach überbürokratisch. Aber das Einzige, was ich Ihnen noch zeige, ist, dass es da vorgeschriebene Produktzustände gibt. Nämlich Produkte können erst mal in Planung sein, das heißt, es gibt sie noch nicht. Dann sind sie in Bearbeitung. Sie können vorgelegt sein und fertiggestellt sein. Und zwar, schauen wir uns mal dazu dieses Diagramm an. Wenn die erste Version des Produktes erstellt wird, ist das Produkt in Bearbeitung. Es kann jetzt, wenn es fertig ist, geprüft werden und in den Zustand vorgelegt kommen. Eigenständige Qualitätssicherheit und notwendige und Konsistenz geprüft. Also derjenige, der es bearbeitet normalerweise, hat es quasi eigenständig geprüft. Dann ist es im Zustand vorgelegt. Und dann kommt noch mal eine Prüfung inhaltlich und formal korrekt. Dann ist es in dem Zustand fertiggestellt. Kann natürlich auch eine erneute Bearbeitung des Produktes erfordern. Und falls keine eigenständige Qualitätssicherung, Konsistenzprüfung und so weiter erforderlich ist, kann der vorgelegte Zustand auch übersprungen werden. Also Sie müssen das vorgelegt so vorstellen, als hätten Sie etwas fertiggestellt und ausführlich getestet und sind überzeugt, dass es fertig ist. Dann würde eine formale Prüfung noch stattfinden, wahrscheinlich eine Inspektion. Und wenn die korrekt abläuft, dann gehen Sie in den Zustand fertiggestellt. Ansonsten bleiben Sie in dem Zustand vorgelegt. Ja, also könnte man hier noch eine Schleife einfügen, die sagt, nicht inhaltlich nicht formal korrekt bleibe ich in dem vorgelegten Zustand. Oder aber ich muss zurück in, Entschuldigung, oder aber ich muss zurück, Entschuldigung, das habe ich jetzt falsch gesagt. Prüfung ein, nicht erfolgreich gehe ich zurück in Bearbeitung. Das war jetzt Quatsch. Ja, so. Okay, an sich ganz einfach. Aber wir müssen halt mal kurz drüber reden. Also es ist wichtig, dass es klar ist, dass die Reihenfolge und Phasen, die Aktivitäten sind vorgegeben, können auch eigene beschreiben übrigens. Und Sie können die Reihenfolge, in denen etwas passiert, wo die Phasengrenzen sind, selbst festlegen. Auch das Fahrmodell XT hat noch Phasen. So, jetzt kommen wir zu etwas Handgreifbareren, nämlich dem Prototyp-Modell. Man hat dann nach dem Wasserfallmodell ziemlich schnell festgestellt, dass das Wasserfallmodell eben so nicht funktioniert, wenn man keine vollständige Spezifikation erstellen kann. Die akademische Sichtweise ist immer, macht eine Spezifikation und dann implementiert die Spezifikation. Aber es ist oft so, dass man gar nicht genau weiß, wie die Spezifikation aussehen sollte. Ich nehme immer gerne das Beispiel der Benutzeroberfläche her. Die ist oft so, dass man sie nicht so richtig entwerfen kann, bis man nicht ein bisschen mit ihr experimentiert hat. oder manchmal muss man auch mit anderen, auch mit Algorithmen und Strukturen experimentieren, bis man die richtigen heraus hat. Das heißt, das nennt man explorative Entwicklung oder Experimentation, um zu wissen, was man eigentlich machen soll. Oder es gibt noch Fragen in der Spezifikation, die nicht geklärt sind. Der Prototyp ist also ein eingeschränkt, funktionsfähiges System. und kann natürlich Arbeitsmoral und Vertrauen zwischen Anbieter und Kunden stärken. Das ist der eine Punkt. Dann gibt es eine berühmte Aussage von einem Fred Brooks, der ein Buch geschrieben hat, The Mythical Man Month, The Mythos des Mannmonats. Und der sagt, plan to throw one away, you will anyhow. Also plane, eine Version deines Systems wegzuwerfen. Das wirst du sowieso. Also plan es gar nicht mit. Also wichtig ist jetzt, dass der Prototyp im Prototyp-Modell nur zum Ausprobieren da ist, Fragen zu klären und danach wird er weggeworfen und dann erst erfolgt die tatsächliche Entwicklung. Das kann man jetzt im Diagramm so vorstellen, sich vorstellen, dass man erstmal eine vorläufige Systemanalyse macht. Die ist nicht vollständig. Der sagt, okay, da gibt es ein paar Fragen, die können wir nicht so beantworten. Dann wird dafür ein Prototyp-Entwurf und implementiert. Möglicherweise sind da mehrere Versuche erforderlich. Und dann erfolgt eine Vorführung. Dann kann man sehen, was an dem Prototyp nicht gut ist oder besser gemacht werden soll und muss. Und geht dann mit diesem Prototyp-Modell wieder in einen ganz normalen Wasserfall. Das ist die Vorstellung des Prototyp-Modells. Wie gesagt, eine Erweiterung des Phasenmodells, um diese Unsicherheiten, die entstehen können, bei der Definition auszuräumen. Gibt es also ein paar Schritte davor, wo man sagen kann, jetzt probieren wir das einfach mal aus. Zum Beispiel könnte die Frage sein, Sie müssten, keine Ahnung, ein Flotten-Management-System bauen, in dem Sie Laster von Fabriken zu Abnehmern schicken müssen. Sie haben eine Flotte von Lastern. Sie haben Laster, die bestimmte Kapazität haben und bestimmte Kunden besuchen müssen. Und dazu brauchen Sie jetzt eine gute Planung, sodass, was sagen wir mal, die Zeit eingehalten wird. Und die Routen kurz sind. Da gibt es also das Travelling-Salesmen-Problem, das Problem des Handlungsreisenden, von dem Sie sicher schon gehört haben. Ein gehvollständiges Problem steckt da drin. Das brauchen Sie da einen Algorithmus. Und den müssen Sie erst mal prototypisch schreiben, um zu sehen, ob bei den vorgesehenen Mengen dieser Algorithmus überhaupt noch in einer vertreibbaren Zeit endet. Oder ob Sie Ernährungsalgorithmen brauchen. Das wäre zum Beispiel ein Fall, wo es TSP auftritt und Sie nicht wissen, wie es geht. Zweitens müssen Sie mit Karten umhantieren. Da wollen Sie vielleicht mit dem frei offenen und frei zugänglichen Kartenmaterial arbeiten. Auch da müssen Sie wahrscheinlich jetzt ausprobieren, wie gut das ist. So, und das können Sie im Prototyp ausprobieren. Und dann machen Sie das schwergewichtige Format. Das iterative Modell ist eine weitere Abwandlung. Dieses Mal des Prototyp-Modells. Hier spricht man von aufeinanderfolgenden Versionen. Das ist eine Erweiterung des Prototyp-Idees. Hier ist es nämlich so, dass man zumindest Teil der Funktionalität definieren kann und das auch tut. Und zu dem dann hinzufügt. Aber der Unterschied zum Prototyp-Modell ist, dass man nicht vorhat, etwas wegzuwerfen. Sondern das, was man entwickelt hat, versucht man natürlich zu behalten. Hat aber gleichen Vorteile und Einsatzgebiete wie Prototyp-Modell. Das heißt, Sie können wichtige Fragen noch mal klären, bevor Sie eine Komplett-Spezifikation und einen Komplett-Entwurf haben. So. In der Literatur werden jetzt zwei Dinge unterschieden. Da gibt es das evolutionäre Modell. Da sagt man, wir planen und analysieren nur den Teil, der als nächstes hinzugeführt wird. Das wäre dann wieder ein Wasserfallmodell zum Beispiel. Da kann es natürlich sein, dass sich aufgrund der Integration, die nacheinander folgt, deshalb neue Teile sich schlecht integrieren lassen oder so etwas. Also zum Beispiel sagen wir mal, das, was ich Ihnen vorhin gerade erwähnt hatte, wenn Sie ein Flottenmanagement-System brauchen, wäre vielleicht die erste Frage, mit dem quelloffenen Kartenmaterial umzugehen, mit der Routenplanung, die da drin steckt. Da gibt es auch Entfernungsmatrizen oder Zeitmatrizen, die dann sagen, wie man von jeder Stadt zu jeder Stadt kommt. Ist das überhaupt brauchbar? Ist das genau genug? Ist das navigierbar? Das wäre zum Beispiel das eine. Dann bauen Sie das, sodass Sie also von Punkt A zu Punkt B navigieren können und das schön in der Karte anzeigen lassen. Das ist wahrscheinlich schon in dem System vorhanden. Und als nächstes gehen Sie her und sagen, okay, jetzt schauen wir uns das DSP-Problem nochmal an und fügen dieses Problem hinzu. Und schließlich müssen Sie noch, wahrscheinlich noch etwas hinzufügen, nämlich die Information über die Anzahl der Laster und was Sie transportieren können. Denn Laster haben ja nicht unendlich viel Kapazität. Das wäre das evolutionäre Modell. Das inkrementelle Modell würde alle diese drei Phasen, die ich Ihnen jetzt gesagt habe, die drei Schritte, alle auf einmal planen und analysieren, aber dann beim Entwurf immer nur den nächsten Teil sich anpacken, anschauen und ausarbeiten. Er fordert also vollständige Planung und Analyse, was wiederum ein bisschen dem Prototyp-Idee widerspricht, dass ich noch etwas ausprobieren muss. Aber jedenfalls habe ich mir zumindest beim iterativen Modell die Gesamtentwicklung nicht in einem einzigen Wasserfall, sondern in aufeinanderfolgenden Wasserfällen. Immer wieder für ein zusätzliches Inkrement. Das heißt, es sind durchaus Mischformen und Flexibilität angebracht. Kann ich auf einem iterativen Modell kann ich einen Prototyp anbauen als erstes zum Beispiel. Um Ihnen zu zeigen, wie das iterative Modell gedacht ist. Wir hängen im Grunde genommen immer noch am Wasserfall und versuchen, den Wasserfall zu verbessern. Und hier hinten, wenn ich ein fertiges System habe im iterativen Modell und gehe ich in Betrieb und Evaluation und bin noch nicht fertig oder nicht zufrieden, dann gehe ich beim iterativen Modell zurück zum Entwurf und entwerfe das noch nicht implementierte und nicht entworfene Anteil, dass das Nächstes kommt. Das heißt also, ich habe hier vorne in der Planung und der Definition eigentlich schon alles definiert. Ich baue es nur noch in Stücken. Und das evolutionäre Modell sagt, hier hat nicht nur die Implementierung nicht alles fertig, sondern hier gibt es noch weitere Planungs- und Definitionsarbeit. Das heißt, ich gehe dann bei dem evolutionären Modell zurück zur Definition oder sogar zur Planung. und fahre dann wieder den Wasserfall entlang. Und das wiederhole ich so oft, wie ich die Anzahl der Inkremente, sagen wir drei, vier, diese Inkremente habe. Gibt es soweit Fragen? Es scheinen keine zu geben. Dann gibt es das nächste Modell, das heißt, das Microsoft-Modell oder synchronisiere, stabilisiere Modell, Sync and Stabilize. Das kam schon 1995 heraus, ist, wie Sie gleich sehen werden, stark verwandt mit dem iterativen Modell, was Sie jetzt gerade gesehen haben. Und warum, werden Sie gleich wahrnehmen. Der Ansatz war, 200 Programmierer zu organisieren. Zum Beispiel für das damalige Winner 95. In kleine Hacker-Teams, denen möglichst viele Freiheit für eigene Ideen und Würfe zu geben, und sodass Sie in kleinen Teams arbeiten können, die ja nachweislich effizienter sind als ein 200-Mann- oder Frau-Team. Aber Sie synchronisieren regelmäßig, nämlich nächtlich. Das heißt, jede Nacht wird alles neu übersetzt und getestet. Es gibt sogenannte Extra-Stabilisierungsphasen. Stabilisierung ist einfach nur ein Euphemismus, das sagen wir viele finden. Und da sehen Sie jetzt, dass ich drei, eigentlich fünf Phasen habe, aber in der Literatur heißt es immer drei Phasen. Also als erstes gibt es die Planungsphase. Das kennen wir schon vom Wasserfall, beziehungsweise iterativen Modell. Dann gibt es eine Entwicklungsphase in drei Subprojekten, also drei Subphasen. Das ist das iterative Modell, wenn Sie so wollen. Und danach gibt es noch eine Stabilisierungsphase, da werden eben Fehler weiter beseitigt. Es gibt aber keinen Wasserfall hier in diesen Subprojekten. Es gibt also keine explizite Entwurfsphase. Es gibt zwar eine Planungs- und Definitionsphase, aber keinen expliziten Entwurf. Und statt Integrationstesten gibt es die Stabilisierungsphase. Also Sie sollten diese Modelle so verstanden haben, dass Sie sie so vergleichen können, wie ich das gerade mache. Ich habe Ihnen ja gesagt, wie Sie ein Prototyp-Modell vom Wasserfall-Modell ableiten und so weiter. Und hier gibt es nämlich auch Ähnlichkeiten. So, ein Bildlicht dargestellt sieht das Synchronisieren, Stabilisieren so aus. Da gibt es also zunächst mal eine sogenannte Planungsphase. Die ist übrigens gar nicht zu kurz, die darf bis zu einem Jahr dauern. Man sagt so zwischen drei Monaten und zwölf Monaten. Dann folgen die drei Subphasen für die Entwicklung. Die dauern dann insgesamt auch sechs bis zwölf Monate, also ein halbes Jahr bis ein ganzes Jahr. Das sind so Faustregeln, ja, würde Ihnen keiner widersprechen, wenn Sie es in fünf Monaten schaffen oder wenn Sie 14 Monate brauchen, wenn das so geplant war. Wobei jede dieser Entwicklungsphasen im Schnitt zwischen zwei und vier Monaten erfordert. Wir sehen, da sind drei Unterteilungen, die schauen wir uns gleich an, ohne die Planungsphase noch gesehen haben. Nämlich die dunkle-schwarze ist also Codieren, Optimieren, Entwurf, Testen, Fehler finden und stabilisieren. Das ist also die einzelne Arbeit, arbeitet der Einzelne an seinen Teilprojekten und integriert nächtlich in das Gesamtsystem. Das ist auch wichtig, dass die Leute nicht wochenlang an einem Modul festhängen und nichts liefern. Und dann plötzlich mit einem Big Bang daherkommen, in dem auch plötzlich nichts mehr gibt. Dann immer schön in kleinen Schritten arbeiten, ja. Dann gibt es sogar nochmal Integration und Testen und Debugging 2,5 Wochen. Das sind die, zwei bis fünf Wochen, das ist dieser Abschnitt hier. Oder größer gesagt der hier. Und schließlich gibt es noch ein Pufferzeit. Auch nett, dass es Pufferzeit gibt. Aber so sieht dann in etwa die Planung aus, dass man hier in Zeiten dran schreibt, wie lange das dauern soll. Und in der Pufferzeit natürlich ist es praktisch, wenn man länger braucht. So, und das hier wird dreimal wiederholt. Und jetzt ist halt natürlich die Frage, was tue ich in diese drei Phasen rein, diese drei Subphasen? Naja, die zentralen Funktionen natürlich werden bereits in der ersten Phase geliefert, die allerwichtigsten, sodass ich im Prinzip schon nach Milestone 1 ein eingeschränkt funktionsfähiges System hätte. Dann natürlich kommen die nächstwichtigsten Eigenschaften des Systems, die Funktionen, die wir auch noch brauchen. Und die dritte Subphase wäre dann eben gewissermaßen die Abrundung. Schöner machen, noch ein paar Funktionen hinzufügen, die gebraucht werden und so fort. Das Allerwichtigste zuerst. Gut, das wären also die Entwicklungsphasen. Jetzt schauen wir uns noch kurz die Planungsphase an. Na gut, da gibt es keine ordentliche Unterteilung hier, was in der Planungsphase passiert. Aber es gibt natürlich einen Ablaufplan, der für die übrigen drei, vier Phasen die Zeiten angibt. Als allererstes wird ein sogenanntes Vision Statement ausgedacht. Also was möchte ich in dem Software-System eigentlich haben? Eine ganz grobe, visionäre, sage ich mal, Vorstellung dessen. Und dann gibt es ein Spezifikationsdokument. Wenn Prototypen erforderlich sind, dann werden auch die gebaut in der Planungsphase. Es gibt Entwurfstudien und Machbarkeitsstudien, wenn erforderlich. Eine Teststrategie wird sich ausgedacht. Das heißt also wahrscheinlich alles automatisch getestet, wie sie das gehört. Geht je nach, alles getestet. Und dann natürlich den Ablaufplan. Das wird dann sich hier irgendwann mal zwischendurch schon fertig werden, sodass noch Zeit ist, um eine Review-Phase anzusetzen. Also hier oben wird alles gemacht, bis der Ablaufplan fertig ist. Und dann erst kommt noch mal eine Review und dann hoffentlich die Annahme dieses Planes. Gut, jetzt gehen wir auf die nächste Seite. Da werden wir die dritte Subphase der Entwicklung sehen. Ja, das ist also hier in Meistern 2 hat die hier geändert. Hier ist die dritte Subphase. Und dann kommt die Stabilisierungsphase. Da gibt es also einen Zeitpunkt, wo man sagt, so jetzt wird an der Notsoberfläche nicht mehr geschraubt. Wir halten sie jetzt fest. Die wird jetzt eingefroren. So bleibt sie. Dann haben wir irgendeinen Zeitpunkt, wo wir sagen, wir haben alle Eigenschaften fertig. Während des Fertigstellen passieren auch schon Optimierungen, testen. Und schließlich kommt der Zeitpunkt, wo die Leute sagen, so jetzt ist das gut vollständig. Dann kommt die Stabilisierungsphase selbst. Schauen Sie mal, die kann auch noch mal drei bis acht Monate dauern, also über ein Dreivierteljahr. Da wird natürlich intern getestet, in der Firma selbst. Und dann auch die externen Tester. Das heißt, die sind dann die Beta-Tester, wo es Leute gibt, die gerne mit neuer oder noch nicht ganz fertiger Software arbeiten und sie ausprobieren und Fehler legen. Und Verbesserungswünsche äußern. Die müssen natürlich dann auch noch irgendwie eingearbeitet werden, aber man hat ja schließlich dafür Zeit hier an der Stelle. Und schließlich kommt eben der Punkt, wo man sagt, so jetzt haben wir keine Fehler mehr. Und dann werden damals noch jedenfalls 95, müssen Sie sehen, in der 90er Jahre werden also die CDs und DVDs, Master-Disketten, CDs gebaut. Dass das alles vollständig ist. Warum machen die das so? Also wir haben damit relativ kurze Produktzyklen. Wir haben, wie Sie gesehen haben, schauen wir uns noch mal die Zeiten an, damit wir nichts Falsches sagen. Die Planung vielleicht zwölf Monate, die Entwicklung nochmal zwölf Monate, das sind zwei Jahre. Geht natürlich auch kürzer, nämlich drei Monate und sechs Monate. Das wäre dann unter einem Jahr, plus die Stabilisierungsphase. Also zwischen einem und zwei, drei Viertel Jahren. Wie zu einer Entwicklung. Wichtig war für Microsoft zu diesem Zeitpunkt oder auch noch immer, dass man in den einzelnen Phasen, nachdem man drei Phasen hat, die Entwicklungen, die, sagen wir, von anderen Firmen kommen, mit einspeisen kann. Das war zum Beispiel bei dem berühmt-berüchtigen Internet Explorer so. Da gab es ein Konkurrenzprodukt, das sehr innovativ war. Ich weiß gar nicht, wie es geheißen hat. Tobias, weißt du noch, wie das Ding geheißen hat? Nee. Naja. Jedenfalls hat jemand einen sehr schönen Internetstöberer entwickelt und Microsoft hinkte hinterher. Aber alles, was die gemacht haben, was die erfunden haben in der nächsten Release, konnte Microsoft dann einfach in der nächsten Phase auch anbieten und nachbauen. Also man kann durch diese kurzen Produktzyklen in drei geteilte Phasen sehr schnell Konkurrenzentwicklungen aufgreifen oder auch insgesamt neue Erkenntnisse aufgreifen und in der nächsten Phase einspeisen. Es wird priorisiert nach Funktion. Sie kriegen auch natürliche Modularisierung durch diese Funktionen. Der Fortschritt ist möglich, ohne dass Sie vollständige Spezifikationen haben. Ich brauche keine vollständige Spezifikation. Ich kann die am Anfang einer Phase immer neu festlegen. Sie haben viele Entwickler, die in kleinen Teams arbeiten und Rückmeldungen, wie gesagt, können frühzeitig einfließen. Ungeeignet aber für manche Arten von Software. Es gibt nämlich dabei oft Architekturprobleme, weil es keine Abstimmung erfordert zwischen den einzelnen Teams. Mangelhafte Fehler-Toleranz und mangelnde Echtzeitfähigkeit. Es gibt keinen Prozess in den einzelnen Teams. Den werden Sie völlig sich selbst überlassen. Da wird also nicht vorgeschrieben, du musst die OML nehmen oder du musst dies und das benutzen oder eine andere Vorgehensweise. Und es gibt auch kein Lernen über Teamgrenzen hinweg. Wenn also ein Team herausfindet, dass eine bestimmte Technik gut funktioniert, dann wissen andere Teams nichts davon. In der Praxis war es so, dass bei Synchronize und Stabilize im Verlauf von 18 Monaten 50% als die Hälfte des Codes überarbeitet wurden. Codenstabilität und eine Beschreibung der Architektur geht zur Abkommen. Dieses Modell wurde veröffentlicht von einem Herrn Cusomano und dieses Buch, in dem er das veröffentlicht hat, hatte den interessanten Titel Microsoft Secrets. Also die Geheimnisse von Microsoft und das Buch wurde natürlich ein Renner, denn jeder wollte natürlich wissen, wie Microsoft Software macht und so schnell und günstig ist. Inzwischen hat sich da sicher etwas geändert. Ich weiß also nicht, was das augenblickliche Modell ist, das Microsoft benutzt, aber man kann immer sagen, dass Microsoft eine so große Organisation ist, dass sie überall alles, irgendwas überall finden. Also jede Technik wird sicher irgendwo präsent. Wenn Sie eine Kurzform dessen haben wollen, des Artikels über das Microsoft-Vorgehensmodell, dann schauen Sie unter How Microsoft Build Software in ASEAN.org. Ich weiß nicht, ob die Referenz noch stimmt, aber möglich wäre es. Aber Sie finden es sicher einfach unter dem Titel Cusomano und Microsoft Build Software. So, und wenn Sie ein paar Modelle XT genauer wissen wollen, dann gibt es auch eine Webseite. Da werden Sie dann mit den 300 und so etwa Seiten erschrauben. So, als nächstes machen wir die agilen Methoden, die also ganz anders vorlaufen. Das Synchronisieren und Stabilisieren ist gewissermaßen ein Übergang von dem strengen, dokumentengetriebenen V-Modellen, Wasserfallmodell und den agilen Modellen. Ja, wenn Sie sehen, es gibt hier überhaupt im Synchronisieren und Stabilisieren gibt es überhaupt keine eigenständige Entwurfsphase mehr, sondern die wird angenommen, dass sie in der Entwicklung einfach passiert mit den entsprechenden Problemen, nämlich dass hinterher eben die verschiedenen Softwaren der einzelnen Teams nicht unbedingt sich integrieren lassen. Okay, gibt es Fragen zum Synchronisieren und Stabilisieren? Es gibt ein paar Fragen. Die erste war, glaube ich, noch zu den inkrementellen Modellen, nämlich ob inkrementelle Modelle dieselben Nachteile wie das Wasserfallmodell haben, wenn man ja trotzdem am Anfang alles vollständig definieren muss. Ja, dieses Problem tritt dann auf, wenn ich das inkrementelle Modell in seiner Reihenform benutze. Dass ich sage, ich plane und definiere alles, dann habe ich das gleiche Problem, was Definition und Spezifikation betrifft, aber ich entwerfe nicht alles auf einmal und implementiere nicht alles auf einmal. Das heißt also, ich kann einen Teil des Gesamtsystems entwerfen und implementieren und testen und möglicherweise sogar damit schon experimentieren. Ich muss also keinen vollständigen Entwurf haben, aber ich brauche eine vollständige Definition. Im evolutionären Modell ist es anders. Da sage ich, ich plane nur mal die erste Version, und führe dann den Wasserfall durch und am Schluss plane ich dann die zweite Version, die erweiterte Version und dann meiner Meinung nach noch mal eine dritte. Dann gab es noch die Frage, ob man beim Prototyp-Modell anfangs auch mehrere Iterationen von Prototypen bauen kann oder auch während späterer Phasen noch, zum Beispiel während der Implementierung, noch mal eine Iteration an Prototypen macht. Wenn man die Literatur liest, das Prototyp-Modell, dann sieht das genau so aus, wie ich Ihnen gezeigt habe, dass nämlich natürlich mehrere Fragen und Unsicherheiten klärt werden dürfen. Das ist selbstverständlich, dass Sie da mehrere Prototypen bauen können. Das ist auch klar. Aber dass ich hier hinten dann noch mal ein Prototyp hier irgendwie reinflicken muss, das ist eher nicht gewünscht. Denn hier sagt man, was wir noch nicht wissen, um die Planung und die Definition vollständig zu machen, das wird hier geklärt. Das heißt also, wir sind dann bei der Planung und Definition vollständig und können auch einen vollständigen Entwurf machen. Und dann natürlich die Implementierung dazu. Also eigentlich sollte ich hier hinten keinen Prototyp mehr brauchen. In der Reihenform, aber Sie wissen, wie die Praxis manchmal ist, hat man halt hier oben doch etwas vergessen, stellt man sich, oh ja, dann wird jemand oder ein Teamabgeordnet vielleicht mit einem Prototyp diese Frage zu klären. Ja, genau. Ich glaube, dass in der Reihenform passiert das ja gar nicht so häufig. Dann doch häufig so, dass man zwischendurch doch mal noch einen Prototyp bauen muss, um irgendwas zu klären. In der Praxis geht es immer viel drunter und drüber, als wie diese bereinigten Modelle einen Glauben machen. Das ist auch beim Wasserfallmodell so. Es ist nicht immer möglich, die ganze Definition vollständig zu machen. Und wenn man die Leute dann dazu zwingt, dann machen sie das. Und dann wird Software entwickelt, die hinterher nicht brauchbar ist. Dann gab es gerade eben noch eine Frage zum Synchronisiere und Stabilisiere, nämlich warum denn da mangelnde Fehler tollerrands herrschen? Kann ich gar nicht so genau beantworten. Moment, das müsste noch mal eins weitergehen. Kann ich gar nicht so genau beantworten, aber Sie sehen, dass für Fehler einfach Zeit geplant ist, sowohl Pufferzeit als auch extra Zeit für Testen und Stabilisieren. man rechnet offenbar mit vielen Fehlern, weil es vielleicht keinen ordentlichen Entwurf gibt. Und wenig Interaktion zwischen den Teams. Das steht ja auch gar nicht drin. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass ich ein Betriebssystem schreibe oder auch nur einen Internetbrowser, wo ich ohne Planung der einzelnen Phasen hier die einzelnen Teams losschicke. Man muss sich zumindest ein paar der Schnittstellen geklärt haben, die Sie liefern müssen und auf die Sie sich verlassen können. Denken Sie an den modularen Entwurf. Da sagen Sie ja immer, wir haben eine Schnittstelle, die ändert sich hoffentlich nicht, wenn sich die Implementierung ändert, aber auf die Schnittstelle kannst du dich verlassen. Aber das liefert ja gerade der Entwurf, aber hier gibt es nicht mal eine Entwurfsphase. Eine für sich gesehene Entwurfsphase. Das heißt, die einzelnen Teams müssen das als Teil ihrer Entwicklung auffassen und einfach machen. Und das kommt zu Fehleranfälligkeit führen oder zu Instabilität und schlechter Leistung. Gab es noch die Frage, ob es bei Open Source Projekten äquivalente Modelle gibt oder läuft das nach einem eigenen Schema? Open Source läuft nach einem eigenen Schema. Und da gibt es ja diese Aufstrukturierung nach Kernteilnehmern und zwei oder drei Stufen von Beiträgen, von Leuten, die Beiträge leisten können. Und da wird das, da man ja nicht weiß, was die Qualität ist, das Software ja geliefert wird. Und da darf also nicht jeder einfach Software einbauen, sondern geht dann auch durch einen Test, durch eine Testphase durch. Und man muss, wenn man zum Innenzickel gehört, sich bewiesen haben, dass man gute Software schreibt. Aber das geht hier über diese Vorlesung hinaus. Wäre sicher auch interessant, sich das mal genauer anzuschauen. gibt es aber sicher, können Sie sicher finden. Dann gibt es einen Professor in Erlangen, glaube ich, der sich genau mit dieser Thematik befasst, nämlich der Open Source Entwicklung, wie die strukturiert ist. Dann gab es jetzt noch die Frage, was denn eigentlich Echtzeitfähigkeit in diesem Kontext bedeutet, also bei Prozessmodellen. Naja, Echtzeitfähigkeit heißt immer, dass Sie Berechnungen nach einer bestimmten Zeitschranke geliefert haben müssen. Das heißt Echtzeit. Echtzeitfähig heißt, jede Berechnung hat eine Zeitschranke. Wenn sie angestoßen wird, bis zu dem sie fertig ist, dann müssen sie es schaffen. Also denken Sie zum Beispiel an ein Flugzeug, an einen Airbus zum Beispiel. Der hat ja keinerlei Verbindung zwischen dem Steuerknüppel und den Steuerflächen und Flieger. Und da wäre es schon idiotisch, wenn die Software plötzlich sagt, gibst du mir jetzt eine Steuereingabe, ich soll nach oben ziehen, aber ich habe jetzt keine Zeit, ich mache es gerade gar nicht. Das wäre schlecht. Sondern da müssen Sie die Zeitschranke einhalten. Und zwar Millisekunden in diesem Fall. Und die Echtzeitfähigkeit ist natürlich erst sichtbar, wenn das Gesamtsystem integriert ist. Und dann tritt das bei eben so einer separaten Entwicklung auf Doppeln. Okay, gibt es keine Fragen mehr? Dann gehen wir in die nächste. Ja, war jetzt nur noch die Frage, ob Windows 95 nicht auch ein Echtzeitsystem ist. Ein was System ist? Ein Echtzeitsystem. Nee, ist es nicht. Das ist ein Betriebssystem, ein berühmt-berüchtigtes Betriebssystem. Da gab es dann noch Windows 98 und dann gab es Windows XP und dann Gab noch Windows 2000 dazwischen. Ah ja, gab es noch Windows 2000. Und Windows ME. Genau. Uiuiui, das ist alles schon ganz schön lang her. So. Mache ich das mal zu. So, und jetzt gehen wir zu den agilen Modellen. Die agilen Prozesse. Jetzt muss ich mal erst. Es gab jetzt gerade nochmal eine Rückfrage zu dieser Echtzeitfähigkeit, ob denn jetzt bei anderen Modellen dann das einfacher geht, zum Beispiel beim Wasserfall diese Echtzeitfähigkeit zu garantieren. Weiß ich nicht. Kann ich gar nicht, kann ich mit Sicherheit nicht beantworten. Aber diese Echtzeitfähigkeit muss natürlich in der Spezifikation stehen. Es ist ein Qualitätskriterium, ohne darüber zu wissen. Weiß ich das ja als Entwickler nicht. Und ich würde das eben herunterbrechen auf die einzelnen Funktionen und gut zum Traum wieder auf Aufruf-Sierarchien, die ich mir schon vorher ausdenken muss. Das ist vielleicht auch da schwierig zu erreichen. So. Wir gehen jetzt in Sharing Mode. Agile Prozesse. Agile heißt leichtgewichtig, schnell leichtfühlig. Agile. Und da gibt es interessanterweise ein agiles Manifest. Agile Manifesto. Und dann kann man sehen, dass das eine Gegenreaktion war, die agilen Methoden zu den plantgetriebenen Prozessen, Wasserfall und Co. Ja. Und das sagen jetzt also erstmal das Individuen und da gibt es Leitsätze, ja, also in diesem Manifest. Diese Leitsätze habe ich hier übersetzt. Sie können selbstverständlich auf dem Internet nachschauen, das ist auch nach dem Agile Manifesto. Individuen und Interaktionen wichtiger als Prozesse und Werkzeuge. Da sollen wir nicht immer nur über Prozesse und Werkzeuge reden oder Wasserfall und was alles getan werden muss, sondern lieber sich um die Menschen kümmern. Es kann natürlich kein Mensch widersprechen. Das ist laufende Software, ist nur wichtiger als vollständige Dokumentation. Aha, sagen die Entwickler, keine Dokumentation mehr schreiben, das tut tatsächlich. Kundenmitarbeit wichtiger als Vertragsverhandlungen bei den agilen Prozessen ist manchmal gewünscht, dass der Kunde, der später die Software getreiben wird, in der Entwicklung sitzt, dem Entwicklungsteam zugeordnet ist, sodass das Entwicklerteam den Kundenmitarbeiter fragen kann, wie sie ein bestimmtes Problem lösen sollte, ob das so oder so gelöst werden sollte oder nicht oder sonstige Anforderungsfragen. Und das wäre natürlich so ein Vorhaben, sei wichtiger als eine Vertragsverhandlung, in der ein längliches Dokument über die Spezifikation der Software steckt. Und sich auf Änderungen einlassen, einstellen, ist wichtiger als die Folgen eines Plans wie Wasserfall. Also wenn wir, sagen wir mal, im Wasserfallmodell den in Tua fertig hätten, dann ist der gewissermaßen unveränderbar, der wird jetzt implementiert, fertig. Was ist, wenn jetzt aber eine Änderung vorgenommen werden müsste, um einen weiteren Punkt unterzubringen, dann ist das im Wasserfallmodell nicht erwünscht. Dann sagen die, aber das sollte erwünscht sein und es sollte sogar noch wichtiger sein, als sich strikt an den Plan zu halten. Ja, das war also wirklich eine Gegenreaktion, gewissermaßen Aufstand gegen den, gegen die immer komplexer werdenden Wasserfallmodell Varianten, zum Beispiel das V-Modell XT oder auch dann die inkrementellen Modelle, ja, dass man einfach zu viel drumherum zu viel Bürokratie hat, zu viele Dokumente schreiben muss, die keiner liest oder die nicht mehr aktuell sind und das agile Manifest sagt jetzt eigentlich, auf was es ankommt, ja, jedenfalls unter den Agilisten, nämlich auf Interaktion und die Individuen auf laufende Software und nicht so sehr auf die Dokumentation, auf die Kundenarbeit wichtiger als auf den Vertrag und Änderungen wichtiger als sich sklafenartig an einem Plan zu halten. Die agilen Prozesse gehen also davon aus, dass sie ein Minimum an Vorausplanung haben, ein bisschen Planung brauchen sie schon, ja, aber die Planung kann auch inkrementell erfolgen. Wir vermeiden unterstützende Dokumente, also möglichst wenig Dokumentation, stattdessen den Code so schreiben, dass er verständlich ist, dann brauche ich keine oder nur wenig Code-Dokumentation. Ich will schnell auf Änderungen reagieren können, wenn der Kunde mit einem neuen Wunsch kommt, dann bauen wir den sofort ein, Kunde in den Entwicklung einzubedienen und dann gibt es die Vertreter Extreme Programming und Scrum, die beiden werden wir uns anschauen, es gibt noch weitere, müssen Sie aber jetzt nicht wirklich auswendig wissen, Extreme Programming und Scrum sollten Sie schon kennen, Sie vergleichen können, Scrum und Extreme Programming und auch mit Synchronizer Stabilize vergleichen können und natürlich mit Wasserfall sagen können, was da unterschiedlich ist, was weggelassen wurde und so weiter. Okay, schauen wir uns mal Extreme Programming an. Da gibt es die folgenden zehn Grundprinzipien. Die radikalsten stehen gleich am Anfang, nämlich die Paarprogrammierung. Jede Zeile Code wird von zwei Leuten geschrieben. Dann das sogenannte Testgetriebene entwickeln, die hatte ich letztes Mal schon kurz erläutert, aber im Grunde genommen heißt es, das normale Entwicklungsmodell, nämlich erst Codeschreiben und dann Testen auf den Kopf stellen, nämlich erst den Test schreiben, dann den Code, dann den sogenannten inkrementellen Entwurf, den man durch Umstrukturierung gereinigt. Wenn Sie Synchronize Stabilize anschauen, da muss auch ein inkrementeller Entwurf passieren, denn es sind ja drei Phasen, aber von einer Umstrukturierung wird da nichts gesagt. Das nehmen die also an als Aufgabe, die sich stellen wird, wenn man in kleinen Schritten entwickelt, dass man einfach den Flug nochmal bereinigen muss. Dann gibt es eine sogenannte iterative Planung in kurzen Zielen, das hat einen komischen Namen, nämlich Planning Game oder Planungsspiel, aktive Beteiligung des Kunden, das hatte ich Ihnen auch schon erwähnt, fortlaufende Integration ist jetzt nicht so neu, das hatten wir auch in Synchronizer Stabilize schon, dann gibt es natürlich Programmierrichtlinien, davon wissen Sie schon Bescheid, das können wir uns auch überspringen, es gibt einen gemeinsamen Quilltext Besitz, das heißt, Code ist nicht das Eigentum eines Einzelnen, sondern kann eigentlich von jedem, der kompetent ist, überarbeitet werden. Die Anwendungsfälle sind auf sogenannten Parteikarten beschrieben, das heißt, sie müssen kurz sein, werden in der Planung übrigens, in der Planungsphase erzeugt, diese Planung gibt es tatsächlich, und flüssig die 40-Stunden-Woche, naja, da haben wir auch nichts Erzeugung. So, also, gehen wir jetzt die einzelnen Punkte schnell durch, einige werden uns etwas länger aufhalten als andere. Die Paarprogrammierung sagt jetzt solgendes, jede Programmiertätigkeit, und zwar jede, auch das Schreiben von Tests, wird im Paar ausgeführt. Und zwar, das Paar sitzt an einer Tastatur, einer Maus und einem Bildschirm. Da gibt es eine Rollenverteilung, die sagt, ich habe Fahrer und Beifahrer, der Fahrer denkt an die Implementierung des Algorithmus, der Beifahrer denkt strategisch, denkt schon an den nächsten Schritt und führt gewissermaßen ständig eine Durchsicht durch, also eine Qualitätssicherung. In der Praxis kommt aber auch etwas anderes in Betracht, nämlich, dass die beiden Paar-Teilnehmer, wenn sie sehr gut zusammenarbeiten, beginnen wir in einzelne Personen zu arbeiten. Das heißt, sie können sich sehr effizient verständigen und gehen synchron durch den Code und durch die einzelnen Abstraktionsstufen durch. Was man weiß, ist, dass das höhere Qualität liefern kann, das Paar-Programmieren und dass das Paar-Programmieren kompliziert für fehlende Inspektionen oder Reviews. Sie hatten ja gesehen, die beste Art und Weise, gute Qualität zu erreichen, sind Inspektionen. Die fehlen auch in Xp und auch in Scrum. Dafür hat man aber eben dieses Paar-Programmieren und das kompensiert einige dieser Mängel, denn sie können ja, der Zweite, kann ja permanent auch nach den Code überprüfen. Allerdings ist nicht klar, ob jetzt Paar-Programmieren besser ist oder Einzelprogrammierung plus Inspektionen. Paar-Programmieren ist besser als Einzelprogrammierung ohne Inspektionen, so viel ist klar, aber wenn ich stattdessen Einzelprogrammieren würde, weil ich zum Beispiel im Team nicht gut arbeiten kann oder mittlerweile zu blöd sind oder was auch immer, könnte ich stattdessen auf die Einzelprogrammierung gehen und dann eine Inspektion dafür durchführen, dann erreiche ich die gleiche Qualität. Der weitere Nachteil der Paar-Programmierung ist natürlich, dass sich die Kosten verdoppeln. Die beiden Programmierer sind zwar etwas schneller, sagen wir, wenn Einzelprogrammierer 100% der Zeit brauchen, brauchen die Paar-Programmierer vielleicht 80, 85% der Zeit, um die gleichen Entwicklungsschritte durchzuführen, aber natürlich haben sie fast doppelte Kosten, nämlich 1,6, 1,7 mal die Kosten. Ja? Ja? Wie das jetzt mit den Kosten verglichen mit Einzelprogrammierung plus Inspektionen ist, das ist mir noch unbekannt, da gibt es so viel ich weiß noch keine richtige Untersuchung drüber, aber meine Vermutung ist, da Inspektionen nicht permanent stattfinden, sondern nur alle Wochen oder so und dann auch effizienter ablaufen in der Fehlersuche, wird wahrscheinlich Einzelprogrammierung plus Inspektion etwas günstigere Kosten haben als die nahezu verdoppelten Kosten bei ein paar Programmierungen. Außerdem hat man festgestellt, dass wirklich gute Programmierer davon kaum profitieren, ja? Sondern es eher unerfahrenen Entwickler Neulingen nützt, aber wenn Neulinge dann mit erfahrenen Programmierern zusammengespannt werden, dann nützt es natürlich den Neulingen sehr viel und er lernt dann auch schneller die existierende Software kennen. Es hat durchaus noch weitere Vorteile, dass es Neulinge in die Software einführen kann. Aber nicht jeder kann mit jedem zusammenarbeiten, ja? Übrigens ändern sich die Paare auch, ja? Die zusammenarbeiten. Okay. Das wäre zum Paarprogrammieren. Gibt es ein paar programmierende Fragen? Ja, in der Vergangenheit haben wir XP in Praktika durchprobiert und den Studenten hat Paarprogramm sehr gut gefallen, da eine Sicherheit und Konten voneinander lernen. Also sage ich mal, dass Studenten tatsächlich Anfänger sind und die profitieren in der Tat von der Zusammenarbeit der gegenseitigen Kontrolle. Dann effizientes Testen möglichst zeitnah zur Programmierung sollte automatisiert und damit wiederholbar sein. Das kennen wir schon aus JUnit und verwandten Werkzeugen, aber das JUnit stammt tatsächlich von den XP Entwicklern und inzwischen gibt es eben für jede Programmiersprache ein Unit Testgerät. Sogar für Vortrag heißt natürlich Testen sollte man so oft machen wie übersetzen. Das heißt natürlich, dass die Testprogramme automatisch abläufen müssen, sich selbst testen müssen. Das müssen alles selbst test sein, so wie wir das von JUnit kennen und sie inzwischen längst gelernt haben. Wie wir wissen, immer wieder das Petitum, dass Testen keinerlei Garantie liefert, dass Fehlerfreiheit wäre, sondern es dazu war, um Fehler zu finden. Wir können aufhören mit dem Testen, bestimmte Vollständigkeitskriterien erfüllt sind, die alle nicht garantieren, dass Fehlerfreiheit bewiesen ist. Also die Anweisungserfassung oder Zweigerfassung geben muss zwar ein Abbrechkriterium, aber keine Garantie, dass kein Fehler mehr folgt. Aber sie garantieren, dass möglich Ziel der Software getestet wird. Testen bei XP und da müssen wir jetzt noch ein bisschen ausholen, wie ich zur testgetriebenen Entwicklung komme. Also das eine Vorschrift ist, dass für jede Eigenschaft des Systems, jede Funktion mindestens ein Test vorliegen muss. Und das wird so ausgedrückt, any program feature without an automated test simply doesn't exist. Das heißt, die Programmierer schreiben Komponententests, Unit-Tests, die automatisch ablaufen, ist klar. Der Kunde spezifiziert Akzeptanz-Tests, die das Team dann implementiert. Das heißt, ich brauche meistens eine Virtualisierung der Einbarbe und der Ausgabe. Das muss natürlich auch programmiert werden, sodass diese Akzeptanz-Tests laufen können. Und das wird vom Team implementiert. Selbstverständlich kann ich auch Stress-Tests einsetzen und die Test-Ausführung häufig oder eigentlich immer automatisch sein soll. So, jetzt kommen wir zu der viel bedachten, viel gepriesenen, festgetriebenen Entwicklung. Und zwar, jede Verhaltensänderung am Quelltext muss durch einen automatisierten Test mindestens einen motiviert werden. Das heißt, es muss so einen Test geben, der bei diesen Verhaltensänderungen anspricht. Wir strukturieren den Code immer um, wenn notwendig, um einen einfachen Entwurf zu erreichen, immer in die einfachste Form, integriere den Code so häufig wie möglich, das heißt sogar mehrmals am Tag wenn nötig. Und nachdem wir das in der Paarprogrammierung machen, können wir da auch ein bisschen sicher sein, dass wir die Regeln der Test-Getriebe Entwicklung auch wirklich eingehalten werden, dass wir nicht abkürzen. Und das läuft jetzt so folgendermaßen ab. Sie sind, sagen wir mal, Anfang in den Zustand grün, alle Tests, die Sie haben, laufen. Sie dürfen jetzt in diesem Zustand die Software umstrukturieren und haben dabei die Hübe der Tests, mit die Sie natürlich wieder laufen lassen können und damit sicherstellen können, dass alle Tests noch weiterhin laufen. Ganz so einfach ist es allerdings nicht, dass die einfach so durchlaufen, wenn Sie nämlich beim Umstrukturieren Klassennamen ändern oder so etwas oder Methoden verschieben, dann kann es schon sein, dass Sie auch in den Testprogrammen etwas anpassen müssen. Aber es ist im grünen Zustand, wo alle Tests laufen, dass Sie die Strukturierung vornehmen und darauf achten, dass alle Tests auch weiterhin korrekt ablaufen. Jetzt stellen Sie vor, Sie wollen eine neue Klasse schreiben und dazu ein paar Methoden natürlich. was Sie dann machen ist, bevor Sie diese Klasse schreiben und die Methoden schreiben, schreiben Sie Testcode dafür. Sie haben noch keine Methode geschrieben, keine einzige, jedenfalls nicht Ihren Rumpf. So, dann wollen Sie den Testcode bereits ausführen. Das geht natürlich auch noch nicht. Das heißt, Entschuldigung, Sie müssen jetzt Stummel oder Attrappen oder Nachahmungen schreiben, sodass der Testcode läuft und dann wahrscheinlich fehlschleppt. Er liefert natürlich die falschen Ergebnisse. Das heißt, Sie sind im Zustand rot. Mindestens ein Test scheitert und jetzt schreiben Sie den Code für die Methode, die Sie gerade im Auge haben. Und vielleicht auch eine Hilfsmethode. Bevor Sie die Hilfsmethode schreiben, schreiben Sie auch für die Hilfsmethode einen Test. Das heißt, es wird kein neuer Code geschrieben, für den es noch keinen Test gibt. Das hat übrigens den Effekt, dass Sie sich natürlich die Signatur der Methoden, die Methoden, die zu der Klasse gehören, überlegen müssen. Was in anderen Worten, Sie machen jetzt einen Schritt Entwurf. Also im Testen und entwickeln haben Sie jetzt implizit einen Entwurfsschritt eingebaut, der herauskommt, aus der Tatsache, dass Sie Testcode schreiben wollen. Sie müssen dazu einen Entwurfsschritt durchführen, nämlich für die Methode einen Namen festlegen, die Parameter klicken, Parameter selbst und wahrscheinlich auch noch einen Rückgabend. Das sind also diese Übergänge von Grün auf Rot, das haben wir jetzt gesehen. Gut, wenn Sie jetzt im Zustand Rot sind, schreiben Sie den Code, der genau dafür da ist, damit der Testcode korrekt läuft. Das ist der Übergang von hier von Rot nach Grün. Wenn alle Tests laufen, sind sie wieder im grünen Zustand. Sie dürfen jetzt instrukturen, wenn nötig, aber ist wahrscheinlich jetzt am Anfang noch nicht gleich der Fall. So, jetzt kommen Sie zur zweiten Methode, die Sie schreiben wollen. Dafür schreiben Sie natürlich erstmal den Testcode, der nicht funktioniert. Sie schreiben die Signatur hin. Der Methode vielleicht ein Standard Rückgabewert, 0 oder sowas. Und dann versagt natürlich der Testcode und jetzt dürfen Sie wieder Anwendungscode schreiben, wie es alles lohnt. Sie sehen also, Sie haben den normalen Entwicklungszyklus von Implementieren und Testen genau auf den Kopf gestellt. Genau, diese Übergänge haben wir jetzt eigentlich schon gesprochen. Da muss jetzt nichts mehr dazu sagen. Was wäre also jetzt das Test Implementieren und Umschlupfen alles in einem mit Entwurf dazu. Also, es gibt keinen vorausschauenden Entwurf, so wie wir das gelernt haben, sondern es wird einfach der Entwurf gemacht und der minimale Entwurf wird durchgeführt. Nur so viel, wie gebraucht wird, kein vorausschauender Entwurf, so wie wir das gelernt haben. Dafür haben wir die Arbeit des Umstrukturierens. Okay, das war jetzt nicht gut, müssen wir wieder umschreiben. Das kann natürlich extra Arbeit erfolgen. So, und jetzt kommen wir zum Umstrukturieren. Im Englischen Refaktorisieren oder Refaktoren. Und das ist eine Änderung, a change made to the internal structure of software to make it easier to understand and cheaper to modify without changing its observable behavior. Das ist Refaktorisieren, also umzubauen, sodass sie einfacher zu verstehen ist und einfacher und billiger zu modifizieren, ohne das Verhalten zu ändern, das nach außen hin sichtbare Verhalten. Das ist also das, was die Tests zum Beispiel sehen. Sie brauchen dazu die automatischen Tests, denn dann haben sie immer ein lauffähiges Produkt nach der Umstrukturierung und sie wissen, dass sie nicht schlechter geworden sind, als sie schon mal waren, weil die automatischen Tests noch laufen. Wenn nicht, muss natürlich das korrigiert werden. Änderung am ganzen Produkt ist für jeden Mann möglich, das heißt also, wenn mir die Software nicht gefällt, darf ich sie refaktorisieren. Die Umstrukturierung sollte möglichst dafür sorgen, dass eine einfache Form entsteht, die für diesjährige Implementierung ausreicht. Wir machen auch hier wieder keine zusätzlichen Entwurfschritte, damit sie änderungsfreundlicher oder vorausschauend sind und wenn dann diese Änderung kommt, dann können wir die hier noch einbauen. Die Begründung dafür der agilen Leute ist eben kein vorausschauend Entwurf zu machen und sagen, Entwurf ist billig und das Unvergründung ist auch gelegt, das können wir dann inkrementell machen, da müssen wir nicht unbedingt voraussehen, die Änderungen, die kommen. Das ist also genau das Gegenteil, was wir in modularen Entwurf gelernt haben, nämlich den vorausschauenden Entwurf, der sagt, was sind die möglichen Änderungen und jetzt baue ich die Schnittstelle so, dass sie unempfindlich ist gegenüber diesen potenziellen Änderungen. Okay, ich bewerte das jetzt nicht, ich sage es Ihnen nur, wie es gemacht wird. Und er sollte natürlich der Code seine einfachste Form erreichen und die Tests erfüllen, verständlich sein für die anderen Programmierer, die Intention der Programmierer klar ausdrücken, keine duplizierte Logik enthalten, keinen kopierten Code, möglichst wenig klassische Methoden, also möglichst schlank und Reihenfolge, wie man das erreicht, ist eben entscheidend. Alle Tests müssen erstmal erfüllt sein, das ist das Wichtigste. Die Umstrukturierung soll also nachfolgende Produktivität erhöhen, das hatten wir ja, erreicht bereits mit einem vorausschauenden Tool. Durchgeführt wird die Umstrukturierung an sogenannten faulen Gerüchen oder an Gestank in den Code. Der Gestank zählt auf, wenn Sie duplizierten Programmtext haben, wenn also durch Copy und Paste programmiert wurde und mit gleichen Aufrufsfolgen an mehreren Stellen vorkommen, dann ist das ein Hinweis dafür, dass restrukturiert werden muss. Wenn Sie parelle Vererbungsbäume haben, dann kann es sein, dass Sie mit Strategien oder sonst etwas oder anderen Entwurfsmustern diese parellen Vererbungsbäume auf einen Vererbungsbaum reduzieren. Oder aber Sie stellen fest, dass um eine Änderung durchzuführen eine neue Funktion, eine neue Funktion viel an vielen Stellen ändern müssen. Das heißt also, der Code ist schlecht strukturiert, weil diese neue Funktion eigentlich einfacher hinzuzufügen sei. Das heißt, Sie müssen möglicherweise an anderen Stellen irgendetwas ausklammern und in Hilfsfunktionen, Hilfsmethoden verlagern oder was immer dazu notwendig ist. Das nennt man Schrotflinten Chirurgie. Entschuldigung, habe ich nicht erfunden. Shotgun Surgery. Sie können sich vorstellen, wenn Sie von Schrotflinte getroffen werden, dass dann vielen Stellen operiert werden muss. Das ist der Hintergrund dieser martialischen Beschreibung. Finde ich jetzt nicht gut, aber es heißt so. Und noch ein solches genannte fauler Geruch ist, ich fürchte, dass wir Zählten vorkommen, aber wenn die Kommentare zu umfangreich sind, dann sollte man hergehen, die Variablen und die Methoden besser benennen, Code-Stücke herausziehen und Hilfsmethoden verpacken und deren Java-Doc angeben, sodass es alles besser verständlich wird, dann sinkt auch hoffentlich die Anzahl der Kommentare. Also eine Variable x zu benennen und mit einem umfangreichen Kommentar zu versehen, ist nicht so gut wie die Variable gleich mit einem entsprechenden Namen zu versehen. Das ist allerdings leicht zu verstehen. Inkrementeller Entwurf, inkrementelles Design. Der konventionelle Ansatz ist Implement for Today, Design for Tomorrow. Das ist unser vorausschauender Entwurf. XP-Ansatz sagt, the system should be designed as simply as possible at any given moment. Extra Complexity is removed as soon as it is discovered. Wir wollen keinen ausführlichen Entwurf, der auf Änderungen der Zukunft vorbereitet ist, sondern wir wollen nur genau das, was wir gerade machen müssen, um so schnell wie möglich zu sein, so agil wie möglich. Deswegen heißt es ja auch agile Methoden. Stattdessen machen wir kleine Entwurfsschritte und Restrukturierung statt einer großen Entwurfsschritte. Das ist die Idee hinterher. Ja? Okay, Fragen soweit. Bisher nicht. Bitte? Bisher gab es keine Frage. Bisher keine. Planungsspiel. Also, wie läuft das ab? Wie läuft der tatsächliche Ablauf eines XP-Practice ab? Das geht so. Sie machen eine sogenannte, Sie haben mehrere Phasen. Los geht's mit einer Auslieferungsplanung. Das heißt, Sie sagen, was Sie als nächstes liefern werden dem Kunden. Das muss also ein funktionsfähiges Teilsystem sein, das man mit dem schon mal ausprobieren kann. Dann gibt es eine sogenannte Iterationsplanung, die sagt, in der folgenden Iteration werde ich die folgenden Funktionen der auszuliefernden aufstellen und ich habe mehrere Iterationen. In diesem Falle haben wir vier Stück, 1, 2, 3, 4, jeden mit einer Iterationsplanung vorgeschaltet und dann ist ein Auslieferungsschritt fertig. In der Iterationsplanung, also in der Auslieferungsplanung stellen wir fest, welche Funktionen in der Auslieferung erscheinen sollen. In der Iterationsplanung sagen wir, welche dieser Funktionen wir tatsächlich in der nächsten Iteration implementieren werden. Danach folgt eine nächste Iteration. In dieser Iterationsplanung legen wir auch fest, wer was schreiben wird. Von diesen Auslieferungen gibt es mehrere, dafür gibt es auch mehrere dieser Phasen, die immer aufgegliedert sind in eine Auslieferungsplanung Iteration und Iterationen. In diesem Bildchen haben wir jetzt drei Stück von drei Auslieferungen. Woher wissen die aber, welche Funktionen wir überhaupt brauchen? Und das sind die Dinge, die auf den Registerkarten notiert sind. Das war schon das. Dann gibt es noch den Kunden vor Ort, der später das Produkt wirklich nutzen sollte. Sollte immer verhübbar sein, vielleicht sogar im selben Raum mit den Entwicklern, ist aber in der Praxis nicht ganz einzuhalten, denn der Kunde will das meistens gar nicht, der sagt, mach mal, stellt mal die Software her und nimmt mir nicht eine meiner Mitarbeiter weg, das ist das eine Problem, aber selbst wenn er das tut, ist dieser Mitarbeiter meistens auch noch unter ausgelastet, weil er natürlich nicht da mit Fragen bombardiert ist, sondern die Programmierer ja auch mal was programmieren müssen. So, es gibt es, Kent Beck ist also einer der Erfinder von Extreme Programming, der sagt also, bei konventionellem Entwicklungsprozess steigen die Kosten für Änderungen exponentiell mit der Zeit, je spät es ist, desto teurer wird es. Ob das stimmt, ist schon mal fragewürdig, aber er hat es mal behauptet, für den XP-Prozess hingegen würde die Kurve deutlich flacher verlaufen, ich nehme an, vor allem deswegen, weil eben restrukturiert wird immer wieder, während man bei den Wasserfall-Prozessen eher die Umstrukturierung nicht mehr vornehmen kann, weil das Zeug einfach zu umbanken ist. Asymptotisch gegen irgendeine obere Schranke für die Kosten, für die Änderungen, naja, bin mir da nicht so sicher, ob das wirklich der Fall ist, aber es ist der Fall, dass agile Methoden tatsächlich produktiver laufen. Ob die Steigerung der Kosten wirklich nur asymptotisch auf diese obere Schranke hingeht, will ich jetzt nicht unterschreiben, sondern da ist vielleicht ein bisschen hinausgeschoben, dieser Verlauf, dass er eher realistisch ist, dass es hier so eine Zone gibt, wo die Kosten nicht steigen, aber wenn die Software einfach irgendwie noch komplexer wird, nehmen auch die Kostenveränderungen auch bei Scrum und bei XP zu. also, diese asymptotische Kostenkurve beruht auf Verfahren Einzelner, es gibt keine Produktdokumentation, wobei sich die XP-Leute darauf hinausreden, dass sie sagen, wenn der Kunde sagt, er möchte eine ausführliche Produktdokumentation, dann machen wir die natürlich auch, dann führen wir die durch und das kostet natürlich auch extra. Dann der Prozess selbst innerhalb der Iterationen ist natürlich unstrukturiert, keinerlei Vorgaben, wie der Entwurf gemacht werden sollen, an was man sich dazu halten hat, was einen guten Entwurf ausmacht, welchen Entwurf Muster man verwendet und so, wird nicht kommuniziert, wird nicht dokumentiert. Und das Paarprogrammieren ist sehr kostenintensiv, mir ist also noch keine Firma bekannt, die Paarprogrammierung konsistent durchführt, sondern man probiert das eine Weile und in der Praxis ist es so, dass die Leute erst begeistert sind vom Paarprogrammieren und sagen, oh ja, das ist toll und mit der Zeit nimmt aber der Anteil, der tatsächlich im Paar programmiert wird, immer weiter ab. Eine praktische Erfahrung. Also Kunde muss mitarbeiten und die auch wollen. Software Ingenieure sind auf Vorausschau getrimmt, die Folge kann sein, zu komplexer oder zu umfangreicher Entwurf. Auf alles mögliche vorbereitet ist, wo die XP-Leute sagen, da warten wir doch erstmal, bis das wirklich verlangt wird. Testgetriebene Entwicklung erfordert sehr viel Disziplin umdenken und umlernen. Man fällt sofort wieder in die alte Methode zurück, diese Methode schreibe ich jetzt auch noch, ohne einen Test dafür zu haben. Das wäre aber dann nicht richtig. Keine testgetriebene Entwicklung. Bei der Paarprogrammierung kann es Probleme geben, nicht nur von den Kosten her, und man muss schon ein bisschen Respekt vor Programmtext machen, bevor man hergeht und den Stück zurück. So, jetzt muss ich ein bisschen Tempo anziehen. Ist das XP Programmieren durch Probieren, wie wir ganz am Anfang hatten? Nein, denn es gibt diese Planungsschritte. Die Karteikarten sagen wir zum Beispiel, welche Anwendungsfälle existieren müssen. Die Iterationsplanung oder die Freigabeplanung sagt man, wie viele Iterationen, was wir in ihnen machen, also es kommen schon Planungsschritte vor, es werden erfolgreiche Tests verlangt von Anfang an, und die testgetriebene Entwicklung und die Restrukturierung kompensieren für fehlende Entwurfe, mit fehlenden Entwurf. Und die Paarprogrammierung kompensiert für fehlende Inspektion. Damit wird also Carbon Programmier diszipliniert und das XP hat eben diese leichtgewichtige änderbare Planung gesagt, wir können jederzeit ändern, gut, in der nächsten Phase, Auslieferungsphase übernehmen wir diese Änderungen, die der Kunde wünscht und fügen sie an. Das Wasserfallmodell ist schwergewichtig, vollständig, eine feste Planung. So, das wäre das. XP ist also ein Softwareprozess, geeignet für vage und sich schnell ändernde Anforderungen, geeignet für kleine Entwicklerteams, zehn Mitarbeiter ist so ungefähr die Grenze und ohne Zeitraubenden Verwaltungsaufwand, Softwareentwicklung sagt man mit leichtem Gebet. Bei großen Projekten XP einzusetzen ist problematisch, so brauchen sie zumindest eine Anforderungsphase und eine Entwurfsphase, die die Gesamtafgabe so aufteilt, dass die XP Teams unabhängig voneinander arbeiten können. Es geht also da nicht um einen Entwurf, der zumindest die Systembrenzen, Subsystembrenzen angibt und die verfügbaren Methoden und Klassen und so weiter benennt und beschreibt. Sonst können wir nicht unabhängig voneinander arbeiten. Aber das wissen wir ja schon aus dem iterativen Mittel. Jetzt kommt Scrum. Das können wir jetzt, nachdem wir XP kennen, uns einigermaßen kurz halten, denn Scrum ist in gewisser Art ein abgemagertes XP. Wir wollen also, da gibt es wieder drei Grundsätze. Die eine sagt noch Transparenz. Arbeitsfortschritte und Hindernisse müssen für alle, die die Arbeitsverrichtung bekannt sein, sichtbar werden. Die Artefakte und der Fortschritt in Bezug auf vereinbarte Ziele müssen immer wieder sorgfältig überprüft und bei Abweichungen korrigiert werden. und auch der Prozess und die produzierten Materialien sollten möglichst der Abweichung schnell angepasst werden. Das Scrum läuft jetzt folgendermaßen ab. Sie fangen an mit einer Anforderungsliste. Hinweis, ähnlich wie bei XP. Sie gehen wieder durch mehrere Phasen der Entwicklung und die heißen hier Sprints. Es gibt also dann in der Anforderungsliste eine Sprint-Planung, die sagt, wir machen als nächstes eine bestimmte Anzahl von Anforderungen, die führen wir durch, implementieren die. Das passiert in der Sprint-Planung. Hinweis auf XP. Aha, das hatten wir auch, das war die Freigabe Planung. Dann wird die Aufgabenliste für den aktuellen Sprint aufgestellt. Das muss alles gemacht werden. Die Leute, die beteiligt sind, sagen, welche Arbeiten sie übernehmen werden. Und dann gibt es den sogenannten Sprint. Das heißt also, innerhalb eines Monats oder weniger wird jetzt diese Aufgabenliste implementiert und wir erhalten einen auslieferbaren Produktteil. So weit, so gut. Das ist fast so wie bei XP. jetzt gibt es noch eine kleine Beobachtung dazu und das tägliche Treffen, das Daily Scrum. Alle 24 Stunden, also am Morgen jedes Arbeitstages Treffen trifft sich das Sprint Team, bespricht den Fortschritt und erklärt, was sie an einem Problem hängen sein und was sie als nächstes machen will. und das Ganze sollte in etwa in einem Monat ablaufen. Wenn das erledigt ist, wenn dieses Sprint erledigt ist, gibt es ein Sprint Review. Dieses Sprint Review kann dazu führen, dass wir die Anforderungsliste aktualisieren müssen, das heißt, wir müssen unter Umständen neue Anforderungen hinzufügen oder alte Anforderungen korrigieren oder sogar löschen. Außerdem gibt es eine Sprint Retrospektive, die betrachtet jetzt nicht das Produkt selbst sondern den Sprint Prozess, was hat gut funktioniert, was hat weniger gut funktioniert und damit werden wir den nächsten Sprint besser machen. Das wirkt sich dann hier auf das Sprint Plane auf. Das ist also das Bild, das Gesamtbild für Scrum. So läuft das ab. Von desgetriebene Entwicklung oder Paarprogrammierung ist hier nicht die Rede, auch von einem Kunden ist hier nicht die So schauen wir uns mal diese Artefakte an, die Anforderungsliste das ist also hier ganz links enthält die Produktanforderung und das Produktziel, die Anforderungen werden für jeden Sprint durch den Produktverantwortlichen priorisiert, ähnlich XP. Die nächstwichtigsten werden als nächstes gemacht. Die Aufgabenliste, das ist der sogenannte Sprint Backlog, das ist also das hier, Aufgabenliste, Sprint Backlog, also das was noch zu machen ist, diese Anforderungen werden von jedem Sprint durch den Produktverantwortlichen wieder priorisiert, ähnlich XP. Dann gibt es die Aufgabenliste, eine kurze Beschreibung aller Aufgaben, schließlich das auslieferbare Produktteil, das Inkrement in Scrum Terminologie. und wir haben in allen Dingen ein Qualitätsmaß, wann ist etwas fertig, das geläuft sich insbesondere auf das Testen, aber unter Umständen haben wir auch einen Inspektionsprozess mit eingeplant, da könnte hier eben auch genutzt werden, ist aber nicht in Scrum nicht explizit vorgeschrieben. Und dann gibt es den Restaufwands Diagramm, vielleicht komme ich da wieder aufs Internet mit einer guten Übersetzung, im Englischen heißt es etwas martialisch wie der Burn Down Chart, da werden also die einzelnen Aufgaben in der Aufgabenliste weggebrannt. Und das Burn Down Chart oder Restaufwands Diagramm sieht also so auf, dass wir geschätzt haben, in der Sprint Planung, dass wir sagen, wir in diesem Falle, was hatten wir da, was das Ideale eine Dauer von 700 Arbeitsstunden hatten und nach und nach jeden Tag werden diese Stunden weniger, hoffentlich, am Wochenende nicht, da läuft der Planung gerade aus und dann geht es auch wieder in der nächsten Woche herunter und hier wieder nicht und so weiter während der Arbeitszeit. Das wäre also der ideale Runterbrenn Vorgang, der Wirkliche kann anders aussehen, das ist der Dunkelblaue hier, der sagt also hier haben wir zwar der idealen Ablauf gefolgt, aber hier kam was dazwischen, da mussten wir etwas wiederholen oder verbessern oder was, das heißt also wir haben sogar Zeit verloren, dafür ging es dann wieder ein bisschen schneller, aber wir sind ein bisschen daneben, dann können wir also sagen, okay, da kommen wir ein bisschen daneben raus, also ein bisschen länger wird es dauern bei diesem Trend, wenn das so weitergeht, auch das ist wieder ein idealisiertes Bildchen, ein echtes Bildchen sieht nämlich so aus. Also blau ist wohl ideal, rot ist tatsächlich, ja genau, blau ist nach Plan und rot ist aktuell, da sind wir schon ein bisschen hier aus dem Plan gefallen gewesen, aber hier gab es irgendwie einen Sprung nach unten, sodass plötzlich sehr viel fertig war und dann ging es wieder aus dem Plan und hier nochmal und am Schluss haben wir es aber doch noch geschafft, ja, ignorieren Sie die japanischen Zeitspeichen hier, Zeichen hier, ich weiß auch nicht, was hier steht, irgendjemand hat es einmal gesagt, da kam anscheinend, der Plan geht auch noch ein bisschen weiter zurück, hier war offenbar ein Bild Refractoring, hier gab es offenbar noch so ein Bildchen, links außen. So ist es gedacht, dass wir also immer einen Überblick haben, wie weit wir sind. haben wir die geplanten Funktionen tatsächlich im geplanten Zeitraum eingehalten. Okay, so, jetzt müssen wir noch in den letzten Minuten über die paar Rollen sprechen, die es im Scrum-Team gibt, da gibt es den Produktverantwortlichen oder den Product Owner, Tobias für diese Übersetzung, ist verantwortlich für die Wertsteigerung des Produktes und die Anforderungsliste. Er sagt also, was Priorität ist, legt die Anforderungen fest, priorisiert sie und passt sie an. Das ist der Produktverantwortliche. Dann der Scrum Master, der ist dafür antwortlich, dass Scrum richtig ausgeführt wird, dass das Entwicklungsteam vorständig ist, funktional und produktiv und schützt das Entwicklungsteam von äußeren Störungen. Es kann Hindernisse geben, die werden dem Scrum Master gemeldet, zum Beispiel, was weiß ich, irgendein Problem mit der Entwicklungsumgebung oder ein Problem mit der Spezifikation oder sonst für das diese Hindernisse ausgeräumt werden. Dafür ist der Scrum Master zuständig. Das sorgt also dafür, dass der Scrum-Prozess rund läuft. Und dann natürlich die Entwickler und Entwicklerinnen, die für die Umsetzung der Aufgabenliste verantwortlich sind. Man baut sich hier ein Team zusammen, das aus mehreren Fachgebieten besteht, zum Beispiel Interface-Design wenn notwendig und ansonsten organisiert sich das Team selbst. Die Zusammenstellung des Teams halten wir für einen Sprint konstant, aber wir können sie natürlich von einem Sprint zum nächsten ändern. Wenn zusätzliche Fachgebiete genötigt werden oder andere nicht nur nötig sind, dann dürfen wir natürlich das Sprint-Team ändern. Also wir haben den Produktverantwortlichen, den Scrum Master und die Entwicklerinnen, die die Arbeit leisten. Sprint-Planung, das kommt nochmal zusammen, Sprint-Planning, das haben wir eigentlich schon gesagt, das kann ich jetzt überspringen, das tägliche Scrum-Treffen, wir prüfen den Fortschritte und wir achten auf Hindernisse, die der Scrum Master ausräumen soll. Das Review-Treffen am Ende des Sprints haben wir auch schon besprochen. Es wird natürlich auch besprochen, was das nächste zu tun ist. Teilnehmer sind Scrum-Teams sowie Vertreter weiterer Anspruchsgruppen, zum Beispiel Kunden, aber auch Anwender oder auch andere Teams, die auf die Software angewiesen sind. Es ist kein Zwang, einen Kundenvertreter dabei zu haben vorhanden. Und schließlich die Retrospektive. Hier analysieren wir den Sprint, was lief gut, was nicht und welche Konsequenzen gibt es dann für den nächsten Ausgaben. Okay.